Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyrony. Ja, erstmal vorweg, ich habe jetzt das eine DLC gekauft, nämlich Tides of Blablabla, was uns zum einen Gefährtenquests hinzugefügt hat, zum anderen aber auch Reisebegegnungen, also wenn wir unterwegs sind, mal sehen, ob wir da in diesem Playthrough noch irgendwas entdecken werden. Ich hoffe es einfach mal. Gut, wir sind im Turm des Ozeans. Hier möchte ich mich eigentlich noch ein bisschen umschauen. Also erst einmal reisen wir von hier aus zum Turm des Sonnenuntergangs in die Bibliothek und holen uns das Artefaktrezept ab, was wir dort erstellt haben, bevor wir im Schmiedeturm weitermachen. Und in den Hallen drunter möchte ich mich auch noch mal umsehen, weil ich habe ja jetzt die ganzen Schlüsselsteine. Also denke ich mal, dass wir da endlich vorwärts kommen. Und dafür nehme ich dann auch Landfee wieder mit. Wie steht es um die Forschung? Dann zeigt mal hier. Todbringer. Ja, gucken wir mal, was wir daraus machen können. Äh, wie steht es um die Forschung? Ich möchte was erforschen. Ja, ich kann das Arzneirezept erforschen. Das ist auch nur ganz kurz. Also kurz im Gegensatz zu anderen Rezepten. So. Und damit geht es jetzt erst mal zum... ...Turm des Berges, dass wir dort Landfee aufnehmen und rasten. Und dann muss ich irgendwie zum Turm des Morgengrauns zurück. Da habe ich leider noch nicht die Runenhalle aktiviert. Das werde ich aber dann noch mal probieren, wenn wir wieder da sind. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir nicht mehr viel finden, außer dem, was wir jetzt haben an Runen-Symbolen. So, Landfee. Muss Sireen leider für ein Weilchen... Ja, muss Sireen leider mal für eine Weile die Gruppe verlassen. Dieser... ...Erfahrungspunkt, äh... ...Gabe, ist schon ein bisschen krass. Lyra hat nämlich immer noch nur Level 13. Während die restlichen von uns Level 14 haben. Und Sireen hat sogar 15. So, jetzt aber erstmal bei Landtree. Abklingzeit von Fähigkeiten und Zaubern. Das ist immer gut beim Heiler. Und bei ihm... ...Gabe der Augenblicke. Ja, nehmen wir das mal. Das klingt gar nicht mal so schlecht, oder? Arcana-Schild? Ne, nehmen wir jetzt eine ultimative Fähigkeit in diesem Baum hier. Gut. Äh, ja, rasten wollten wir. Das können wir nämlich nur in diesem Turm, lustigerweise. So. 1 Rüstung, parieren alle Fähigkeiten, Ausdauer und Verteidigung und so weiter. So. Zur Schmiede. Und ja, ich werde jetzt kurz mal... ...diese Ruinen hier zu Ende bringen. Mit dem Fackelstein, die ich jetzt noch habe. So. Erstmal mit dir reden. Zeig mir mal, was du für mich geschmiedet hast. Also erstmal... ...Skorn. Ähm... ...Entschlossenheit. Trefferpräzision bei 10 unter... ...35% Gesundheit. Das ist auch böse. Ist exquisit wie er hier. Also macht denselben Schaden eigentlich. Ja. Dann möchte ich mal, dass du was für mich schmiedest. Gut. Artefakt. Stiefel des Nachtschreiters. Dafür bräuchten wir immer noch den Hundehautmankel. Und mehr Leder. Todbringer. Einhandaxt. Obsidianfragment. Das will ich haben. Und ein Eisenring. Handschuhe des Archimisten. Bräuchten wir Tier heute. Stolz des Vergessens. Klinge des Zauberers. Nicht genug Kupfer. Kopfgeldjäger auch nicht genug Kupfer. Und dafür bräuchten wir doch die Pläne vom Kopfgeldjäger. Nee, also geschmiedet wird jetzt nichts. Das kann ich... Also Twinkets kann ich nicht upgraden. Ich könnte... Die Waffe hier wahrscheinlich... Auch nicht upgraden, weil ich nicht genug Kupfer habe. Genauso wie die Waffe. Bei Baric könnte ich die Rüstung noch einmal upgraden. So, jetzt ist Baric die ultimative Rüstung. Ja, verdammt hohe Rüstung hat er jetzt. Die kann ich nicht upgraden. Dafür habe ich nicht genug Leder. Gut. Das heißt, mit dem Rest müssen wir jetzt gerade so auskommen, wie es ist. Das könnte ich noch upgraden. Dadurch werden Parieren und Ausweichen besser. Aber ansonsten nicht wirklich was. Ja, doch, Parieren und Ausweichen. Aber Ausdauer wird nicht besser. Bleibt bei 9. Was macht Ausdauer nochmal? Das ist hier unten irgendwo, oder? Genauigkeit. Ausdauerverteidigung. Bestimmt wie gut ist, du körperliche Schmerzen, sobald du widerstehen kannst. Ist durch das hier eigentlich höher? Ja. Okay. Dieses Schild weg, das weg. Warst du ein Händler? Nein, du warst der... ...Schmiedemensch. Hast du was zum Handeln? Nein. Bei dir können wir üben. Könnte der mich wieder üben. Zum Beispiel Feuer beherrschen könnte ich bei mir verbessern. Lyrer. Könnte auch Feuer beherrschen verbessern. Ich auch Feuer beherrschen, Frost beherrschen, Lebenskraft beherrschen. Frost beherrschen ist bei mir grad wichtiger. Launtry. Lebenskraft beherrschen. Feuer beherrschen, Frost beherrschen. Lebenskraft beherrschen. Bei den beiden lassen wir das mal so. Sorry, Cat. Was ist mit dir? Zeig mir, was du zum Verkauf anbietest. Genau. Äh. Die möchte ich nicht da drin haben. Warum auch immer, ich jetzt auf einmal Heidränke in der Schnellauswahl hatte. Gut. Dann haue ich auch gleich mal die Heidränke hier weg. Und die Sigillen, die ich bereits kenne. Davon wollte ich nichts verkaufen. Gegenstandstyp. Ja, Sandal eines Adeligen können theoretisch weg. Eisenstiefel können auch weg. Genauso wie der Eisenschreiter-Helm, den brauche ich auch nicht. Beide Schienen der Borstenbruderschaft bringen mir auch nichts. Die behalte ich. Handschuhe des Momentums auch. Handschuhe eines Eisenschreiters können auch mal weg. Bronzene Armschienen können beide weg. Letzter Wunsch. Panzer des Kommandanten. Ne, die Eisenschreiter-Rüstung kann auch weg. So, waffenmäßig. Scorn habe ich jetzt gefertigt. Aber der Himmelsklingelwurfssperr kann weg. Nein, das Geschmähtenschild und das eiserne Dreiecksschild, das kann weg. Knöchel des Zitanen. Ruhm. Bronsekatar brauchen wir nicht mehr. Und das blaue Bronsekatar ebenso wenig. Bronzesschwert aus Ardent. Das behalte ich aus Nostalgiegründen. Achse des Erstbruders und die Ringklinge. Weidende Wunde. Eiserner Wurfsperr kann weg. Genauso wie der Bronzene Wurfdolch. Eiserner Wurfsperr. Das ist auch ein Eiserner Wurfsperr. Ah, kann auch weg. Ich könnte mal lernen, wie Schreibfeder verbessert wird. Bekratzer auf. Right. Dummi dumm. Gucken wir mal, was wir dazu brauchen. Einen Eisenbarren. Echt Zufall, dass wir doch einen übrig haben. So. Da geht es jetzt runter, die roten Halle. Und von der Runenhalle. Ja, das ist halt so die Sache. Wo ist die... Turm des Morgengrauts? Es muss also hier auf jeden Fall ein Halbkreis sein. Und nicht nur ein Halbkreis, weil es ist symmetrisch. Es fehlt hier also was noch in der Kohlezeichnung. Was ich mit den beiden Schwänzchen hier anfangen soll, weiß ich noch nicht. Werde ich wahrscheinlich nachher, wenn wir beim Turm sind, noch mal ein bisschen rumprobieren. Jetzt aber erst einmal mit Landtree. Und der restlichen Truppe. Dieses... Diese Altmauern hier fertig machen. Weil hier ist zum Beispiel auch immer noch ein Gegner übrig. So, das war die Runenhalle. Hier ist zum Beispiel eine Altmauernleuchtzäule, die wir noch nicht benutzen konnten. Oder haben wir die schon benutzt? Nee, ich glaube das Symbol, da haben wir schon reingemacht. Oder? Ja, hier war rot. Gut. Gut, gut. Hier hatten wir nichts mehr drin. Hier war aber noch irgendwas. Wie haben wir den denn übersehen? Okay. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, den zu übersehen. Klingengrabzentrum. Da wollen wir als letztes hin. Müssen wir eh so außen rumlaufen. Hier ging es nur weit runter. Die Geister auf dem Grund kann ich gerade noch so erkennen. Das macht immer Mut. Ja, hier kann ich nichts mehr machen. Hier habe ich die drei Fallen halt nicht aktivieren können. Und dann... Hier ist das ja auch nicht einfach da.